Magura präsentierte auf der Eurobike 2013 die erste elektronische Federgabelverstellung der Welt, Magura Elect. Mit diesem System soll man dank 3D-Beschleunigungssensor automatisch immer im richtigen Modus unterwegs sein. Der Fahrer hat zudem die Möglichkeit einer manuellen oder einer automatischen Steuerung, je nach Vorliebe und Strecke. Die Betriebszeit im Automatikmodus beträgt 40 Stunden bzw. 60 Stunden im manuellen Modus. Nachgeladen wird über eine Micro-USB-Buchse. Elect kann auch als Upgrade-Kit gekauft werden.